Hier fährt Markus Gisdol vom Platz. Holler? Hollerbach? Hollerbusch? Hollerheim? Irgendwas mit Holler. Holler soll sein Nachfolger werden. Es gibt ja einen großen Trainerverschleiß. Ja, nicht schlecht. Ich habe ja mal einen Song gemacht für Bruno Labbadia. Brauchte er dann nicht mehr, weil er 1,3 oder 5 Millionen Abfindung bekommen hatte. Ich will nicht wissen, was Gisdol jetzt bekommt. Wahrscheinlich nicht so viel. Die haben wahrscheinlich auch das Gehalt auf 500.000 gekürzt pro Jahr. Nun war Gisdol nicht lange dabei. Sogar Fans versperrten die Einfahrt heute. Morgen, muss man dazu sagen. Heute war alles vorbei. Sonntag, heute ist er geflogen. Wahrscheinlich fliegt er jetzt irgendwie nach Malle, macht Party. Gisdol?